Boozhoo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Made of Scare. Ja Leute, ich hoffe, wir befinden uns am Ende des Spiels, also Finale, denke ich mal. Ja, wir haben jetzt alle vier Notenblätter und alle vier, wie nennt man das, Zylinder und ich hoffe mal alle Puppen, also Statuen, dieses Melodie da, was mich immer genervt hat. Ja, wie es hier weitergeht, lasst ein Abo, Like da und los geht's. Love, you're safe. I had to flee the Attic. I've been hiding from them ever since, but we must hurry. Do you have the cylinders? Das war Trinken. So. Irgendwie kau ich hier nicht. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegengelegt spielen. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the Siren's song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No. Thomas, you don't understand. We must... Thomas, what am I doing? The Countess song, yes. 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 We need to end this. End all this misery and suffering. Ich will es nicht! Ich will es nicht! UNTERTITELUNG 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 In the light, new harmony was found. Old chains were broken, and in the aftermath of the song's end, a new one began. Perfekte Harmonie. Warte mal. Gegner reagieren auf Geräusche, der Versuche daher möglich. Es kann doch nicht sein, dass das Ende ist. Das kann doch nicht sein. Nur mal, okay. Tode 13. Ich hab das, ich hab zum Glück noch gespeichert. Wird gerne wissen, was looten, was passiert, wenn ich die Zylinder rein tue. Wie lange leht das noch, ey? Mit Oskar Fortfahren Über Unterfordert sich das Spiel Dann wechsle ihn ein Einstellung zum Schwierigkeitsgrad Was wenn ich Heile Zylinder sammle Was passiert dann Ich meinte Wenn ich das andere Weg nehme Was passiert Wenn ich das andere Ende nehme Thomas! Thomas! Mein Liebe! Du bist sicher! Ja! Ja! Ja ich vertraue dir! Hier hast du die Zylinder Meine Liebe! Dann können wir Die Zylinder Die Zylinder I Die Zylinder Es ti De Die Zylinder Nooo... Kill it for me. 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 Kill it for me.